Joho, Guild Wars 2 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play. Guild Wars 2 Level 80. Und was jetzt? Im heutigen Video möchte ich euch unter anderem die Items des letzten Patches, der gerade eben erfolgt ist, vorstellen. Und die Neuerungen, die man damit ins Spiel gebracht hat. Aber vor allen Dingen das Bling Bling aus dem Game Shop natürlich mal wieder. Und ich möchte über ein Thema reden, das ich im eigenen Interesse ansprechen möchte. Und das auch einige andere von euch vorgeschlagen haben, nämlich diesen Punkt. Anreiz schaffen, wenn man wirklich schon viele tausende Spielstunden in diesem Spiel hat. Und diesen Anreiz schafft man sich durch Verluste. In gewisser Weise. Das ist ein ganz interessantes Thema. Aber bevor wir zu diesem Thema kommen... Ist bei mir das Unschärfe an? Unschärfe ist an, gut. Gehen wir erstmal gucken, was der Patch alles Neues gebracht hat. Vor allen Dingen in der Schwarzen Löwen Handelsgesellschaft. Da schauen wir jetzt einfach mal rein. So. Findet in Schwarzen Löwen Thron Tickets für neue Waffenskins. Die sehen ziemlich awesome aus. Der Passierschein des Luftschiff-Captains ist runtergesetzt worden. Auf 20% Rabatt. Interessant, sich so etwas zu kaufen wie das hier. Also mit 800 Gems ist man ganz gut mit dabei. Interessant ist, sich das zu kaufen, wenn ihr hier diese festen Inventarslots besitzt. Die kann man sich auch im Gemshop kaufen. Die sind dann bei jedem Charakter gleich. Also man hat quasi... Man shared einem Itemplatz. Man shared einen Itemplatz. Da habe ich zum Beispiel meinen königlichen Terrassenpass drin. Weil ich brauche halt den einfach nur doppelklicken. Und dann bin ich in der königlichen Terrasse und mit jedem Charakter, jeder Zeit kann ich alles erreichen. Jeden Händler, die mystische Schmiede, jede Waffenstation, jede Craftingstation ist sofort für mich verfügbar. Ziemlich praktisch. Der klassische Gleitschirm, der jetzt in den Gemshop gekommen ist. Was geht da vor? Was? Wer? Wo? Was? Wer hat was gesagt? Habe ich nicht gehört. Der klassische Gleitschirm, der jetzt da in den Shop gekommen ist. Vielleicht gibt es da auch eine Vorschau dafür. Den würde ich mir jetzt ansonsten halt auch kaufen. Weil ich hoffe mir eigentlich halt immer alles. Aber der ist eigentlich gar nicht mal so übel. Der würde zu vielen Charakteren von mir passen. Den hole ich mir jetzt einfach mal. Jawohl. Den finde ich eigentlich echt ganz schön. Halt mal was anderes fernab von diesem ganzen Bling, Bling, Shiny, Glänzi. Brenn dir die Augen weg. Und dock für FPS-Einbrüche. Ich finde den eigentlich ganz hübsch. Und was auch noch interessant eventuell für euch ist. Beim kompletten Umstylings-Kit und auch beim normalen Haarfärbe-Kit sind jetzt neue Haarfarben mit dabei. Wie es aussieht, sind das diese hier. Das sind mehr so Hauttöne, mehr so Brauntöne. Aber was wollen sie auch noch einbringen? Sie haben ja schon so unglaublich viele Farben reingebracht. Ich glaube, das war sogar gefragt mal im Forum. Müsste man sich mal genauer angucken. Ja, aber ansonsten sind das halt quasi die Sachen, die wir jetzt hier überhaupt finden. Die interessant für uns sein könnten. Nehmen wir das Ganze mal und sehen gleich die nächste Neuerung. Ähm, der nächste Flügel der Raids wurde geöffnet. Ähm, eine Sache, die wir uns natürlich im Rahmen des Let's Plays auch noch angucken werden. Und, äh, das ist wirklich Endcontent. Kann man gar nicht anders sagen. Das ist nochmal ein Anreiz. Für viele Leute ist es halt einfach zu schwer. Ich habe auch neulich wieder das Jammer von jemandem ertragen müssen, der sagt, dass HOT zu schwer ist. Ich frage mich halt immer wieder, warum. Weil ich bin echt kein guter Spieler. Und, ähm, trotzdem ist das alles echt easy. Supi, Miggi, easy. Voll einfach und so. Habe ich hier Geld? Nehme ich da etwa Geld an? Ja. Tatsache. Wieso habe ich eigentlich schon wieder 200 Gold? Ich weiß es nicht. Ähm. Well. Auswahlrolle gemacht. Gucken wir uns mal die neuen Waffen-Skins an. Die sind alle ziemlich schnieke. Wie ich persönlich finde, passen sie auch zu dem neuen Kleidungs-Set. Total geil. Guck dich diese Axt an. Ich liebe diesen Style. Es sieht so toll aus. Guck dich diesen Bogen an. Als sowas Außerirdisches. Es ist so, ähm, Baby, die sehen richtig gut aus. Die gefallen mir ausgesprochen gut. Die sehen wirklich, oh, die sehen toll aus. Die Dolche. Oh, guck dich das an. Dieses Leuchten im Inneren. Das passt so perfekt zu meinem Ehle gerade aktuell. Ja, das sieht wirklich gut aus. Ich finde das Großschwert auch. Also, das Großschwert ist echt großartig. Mal wieder natürlich ist das Großschwert richtig genial. Aber es sieht halt einfach auf dem Rücken auch unglaublich gut aus. Der Hammer. Ist echt edel und stylisch. Sehr schön für den Revenant. Sieht sehr brutal aus. Und trotzdem noch edel, ja. Auch wenn du damit zuhaust. Ist ja Streitkolben, ne. Ich meine, kein neues Design. Du kannst ja auch nicht permanent Design neu erfinden. Aber die Art und Weise, wie die Waffen gemacht sind. Und sehr futuristisch. Sehr, ähm, grafisch hochwertig. Wünsche mir immer noch ein Update für die alten Waffen übrigens, Annette. Wäre ich echt für. Das Zepter hier sieht jetzt mal halt, sieht gefährlich aus, das Zepter. Der Schild ist, sieht richtig toll aus. Der Schild sieht richtig toll aus. Guckt euch das mit dem Kleidungsset zusammen an. Gibt euch das, wie gut das aussieht einfach nur. Ähm, der Stab auch. Der Stab finde ich großartig. Finde ich richtig edel. Sehr cool. Sieht gefährlich aus. Sieht auch aus, als könnte man da mit jemandem hauen. Also, sie haben so ein bisschen darauf geachtet, dass das Ganze nicht nur noch so Zauberei aussieht. Das kann definitiv auch ein Dieb tragen, um damit zuzuschlagen, ja. Also, das Schwert finde ich sehr edel. Das erinnert mich an irgendeine Science-Fiction-Serie und ich komme nicht drauf. Die Fackel. Ich feiere die Fackel. Guck dich diese Fackel an, mit diesem Lichtstrahlen da raus. Wow, die sieht total toll aus. Sie sieht auch toll aus, dass sie verstaut ist. Das Kriegshorn. Alleine für den Edel. Das Kriegshorn ist sehr klein und fein und schmal, aber halt auch sehr detailliert, ne. Ich will sie alle haben. Weil ich auch den Erfolg dafür gerne freigeschaltet hätte. Also, hole ich mir die mal wieder alle und bin danach Ticket-Pleite. Aber ich will sie alle haben, weil ich mir fast für jeden Skin einen Charakter vorstellen kann. Und das lohnt sich ja, weil Erfolgspunkt und ich kriege ja wieder Tickets gratis und bin sowieso bescheuert, von daher. Eh. Ja. Oh ja. Nice. Jetzt ist mein Inventar voll. Jo. Schön, es kommt alles auf meine Bank. Jo. Ähm, es gab auch wieder ein paar Bug-Fixes. Es gab auch... Wenn wir uns noch ein paar davon übrigens in Aktion angucken, da freue ich mich schon drauf. Es gab, ähm... Viel Balance, äh... Anpassungsgedöns, vor allen Dingen in den Schlachtzügen, also in den Raids. Oh mein Ehle, krieg der jetzt gleich was davon. Ähm... Ausrüstung. Der Dolch, den fand ich eigentlich ganz geil, aber ich muss ganz ehrlich sagen, der gefällt mir jetzt hier besser. Passt da auch besser zu. Noch ein Sieg für mich. Und dann würde ich sagen... Stab. Ab. Ja, den Chaos-Stab, der war eigentlich ganz nett. Weil der passt einfach... Der sieht einfach so viel geiler aus. Schauen wir denn hier noch, was ich überskinnen könnte. Ähm... Den Dolch da... Ein anderer Stab. Ne, mein Meteorologikus werde ich nicht überskinnen. Das Zepter kriegt höchstens auch noch, beziehungsweise ich brauche das Zepter überhaupt nicht mehr, weil ich jetzt den Meteorologikus habe. Den Dolch da wahrscheinlich noch. Und den Fokus könnte man noch. Ja, der Robe. Passt mich wieder Transmuladungen. Naja. Und ich sollte von der Feuerlinie weg auf Rombote. Dann kann ich noch das Horn ausrüsten. Dann hätte ich das auch schon mal. Du, Kraftfähigkeit, Vitalität, Konzentrationshorn. Ja, das ist auch ein Ort. Sieht einfach unglaublich Mieke aus, das Zeug. Ja, Mensch, die Waffen sind gut. Machen die wieder Geräusche, wenn man sie zieht? Ist ja oft so ein Moment. Hören nichts. Vielleicht muss ich hier irgendwas lauter stellen. Musik kann ich ja mal wieder einschalten. Deck-Klaut-Stärke. Machen wir das einfach mal auf Maximum und... Ne, sie haben keine Sounds gegeben. Schade. Das war eigentlich immer das Coole an den neuen Waffen, auch dass die alle so Sounds hatten, besondere. Vielleicht haben sie die vergessen, weil ich weiß auch nicht. Ja, zusammen mit dem Meteorologikus sieht das auf jeden Fall richtig gut aus. Sehr stylisch, sehr stylisch. Ob ich damit auch ein Bild spielen könnte, aber eigentlich habe ich... Ja, auf dem Blitzbild ein bisschen. X-Horn, euer Segen verlängert, ist gar nicht mehr übel. Verbündete heilen. Kampfschreie. Auren geben zusätzlich Elan. Für sich gleich war es schlecht. Stabby bei einer Überlastung ist auch nicht übel. Elan, wenn ich mich auf Wasser einstimme. Elan, Elan, Elan ist gut. Nehme ich mal mit. Ähm, ja, gehen wir mal... Ui! Das Spiel ist jetzt sehr laut. Muss jetzt nicht so extrem sein. Gehen wir mal auf ein Thema ein, das zum Thema Level 80 und was jetzt ziemlich gut passt. Und in Verbindung gerade insbesondere mit diesem Charakter steht. Pass auf, da können wir mal den Passierschein hier benutzen. Und zwar handelt es sich dabei, was macht man, wenn man wirklich schon sehr, 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 sehr viel in diesem Spiel gemacht und erreicht hat. Oh, ich habe das falsch im Ausprofil. Warte. Nuh! Man sollst ja nicht die Fersplatte defragmentieren. Bist du dumm? Bist du behindert? Behindert sagt man nicht! Ach, die Fresse. Äh, geht was zwei übernehmen? Gar nicht! So, jetzt... Ah, furchtbar, ist ja schrecklich. Ich habe so viel zu tun. So, wir gehen jetzt mal auf meine Bank. Wir stellen fest, da ist zwar noch eine ganze Menge Creme drin. Ganz viel Schizzle und Zeug. Alles Mögliche, ja. Das ist tatsächlich noch recht voll mit Creme. Oh, das kann ich mal verwenden, danke. Ähm, aber es hat sich ein bisschen gelichtet. Oh ja, ihr dürftet kriegen. Ihr... Moment, du bist ja Mutti, äh, Dings. Du bist ja kein Skin. Ähm. Ich frage das gerade mal dazu. Äh, ja, was soll ich... Was wollte ich sagen? Es hat sich ein bisschen was gelichtet in meiner Bank. Weil ich aufgeräumt und verkauft habe. Mit dem Hintergrund, dass ich meinen Besitz radikal verringern wollte. Achso, die gehören... Die gehören nach da unten. Die Skins, die ich noch benutzen wollte. Und nicht verkaufen, sondern benutzen, so. Und zwar will ich meinen Besitz in Guild Wars 2 deswegen radikal verringern. Damit ich wieder einen Anreiz habe, zu spielen. Das bedeutet, ich habe Dinge getan. Ich habe zwar schon wieder gefarmt, wie blöd, aus Versehen. Nee, ich habe halt gespielt. Aber ich habe Sachen verkauft. Nein, ich habe natürlich nicht die T6-Mats, die mir geschenkt worden sind, verkauft. Aber ich habe schon so ziemlich mit... Eigentlich ziemlich viel anderes verkauft. Tonnenweise. Besonders Holz und all sowas, was ich da in der Bank habe. Warum habe ich das gemacht? Warum habe ich teure Skins verkauft? Warum habe ich ganze Goldvorräte bei mir? Ist ja cool. Ist ja schon cool, der neue Gleitschirm. Warum habe ich das gemacht? Weil ich habe immer alles. Wenn ich einen neuen Charakter level, habe ich immer alles für die Berufe. Ich habe immer alles. Ich kann immer alles craften. Ich kann immer alles bauen. Ich habe immer... Und ich brauche nicht fahren. Ich muss mich da nicht anstrengen. Ich habe das und ich habe jenes. Ich habe dieses und ich habe jenes welches. Etc. PP. Ihr versteht, was ich meine. Es ist immer alles da. Ja, ist nicht so, dass ich dann sagen muss, ja, da muss ich jetzt mal wieder ein bisschen Holz farben oder sowas. Nee. Ich verwerte alles wieder, was ich bekomme. Ja, teilweise sogar die Exos. Äh, wenn sie zu billig sind und ich mir denke, boah, scheiß drauf. Ähm, nein, die verkaufe ich im meisten Fall oder schmeiße sie in die müstensche Toilette und so. Aber, was soll ich sagen? Ähm. Ach, hier kann man schön gleiten. Guck mal sich das dann mal schön angucken. Übsch. Farben. Leiter Farben. Der ist wahrscheinlich schon mal neu. Ja, jetzt ist er rund. Öh. Geräusche dazu sind total cool. Äh, damit ich halt einfach dieses, ähm, ja, was soll ich sagen, äh, Gefühl habe, dass mir Dinge fehlen, dass ich auch kein Gold habe zum Investieren. Also die 200 Gold werde ich jetzt zum Beispiel komplett in T6-Matz anlegen. Ich werde mir da von T6-Matz bestellen und, ähm, auf die Bank packen. Ich möchte wieder mal spielen, wie es früher war. Man hatte nicht alles. Ich konnte nicht alles craften. Ich bin auch dabei, noch weiterhin meine Bank abzuverkaufen. Das war mir nur an einem Tag zu lästig. Und das ganze Geld, was ich mit dem Kram gemacht habe, den ich auf der Bank hatte, ähm, das habe ich in den Meteorologikus gesteckt. Ja, sonst wollte ich das Leggy dann doch mal haben irgendwann. Ähm, und dann kam vor allen Dingen hier dieses Kleidungsset raus. Und da passt der Meteorologikus halt einfach rein, wie nichts Gutes. Das sieht einfach total toll aus. Das passt unglaublich gut zueinander. Fällt mir ausgesprochen gut. Ich möchte übrigens meinen Gleitschirm wieder ändern. Jups, dankeschön. Ähm, vorher hat der nie so gepasst. Gut, man muss auch mal ein bisschen umfärben. Jetzt ist es Tag. Dann ist der Meteorologikus ja blau. Dann muss man dafür sorgen. Außer hier so ein bisschen blau leuchtet. Dann passt man wieder zu dem. Äh, also ich lässt mir dabei. Mein Leggy lässt dich. Und, ähm, ich mag das Leggy sehr. Das gefällt mir ausgesprochen gut. Und gibt mir einen Grund, wieder eine Welterkundung mit meinem Ele zu machen. Weil ich habe mir gesagt, wenn einer meiner Charaktere eine legendäre Waffe trägt, dann sollte er eigentlich auch die Welterkundung haben. Hat mein Ele immer noch nicht, obwohl es mein zweiter Charakter war und der mit den höchsten Spielschunden. Aber naja, ich habe jetzt wieder Anreiz, Bäume hauen zu gehen, Erze abzubauen, Monster zu verprügeln, bei Events mitzufarmen. Ich habe alles gelehrt. Ich habe mein Karma gelehrt. Ich habe, ähm, fast meine Geisterscherben lehren können. Ich bin dabei, momentan einfach alles auszugeben, was ich nicht brauche, damit ich es wieder farmen muss. Damit ich wieder sagen kann, hey, es bringt mir was, das und das zu spielen. Ja, es ist, es gibt wieder Progress für mich. Es ist nicht so, ach, davon habe ich ja schon so viel. Das ist so mein, mein neuer, mein neuer Challenge-Punkt. Und das möchte ich halt sehr gerne durch Welterkundung wieder zusammenbekommen. Und macht mir jetzt tatsächlich deswegen auch wieder mehr Spaß, Guild Wars zu spielen. Weil, was hast du dann davon, wenn, ich habe jetzt zum Beispiel, mein Gott, ich hatte danach 2000 Gold übrig. Die 2000 Gold hätte ich im Handelspost investieren können und 4000 draus machen können. Und dann hätte ich wieder investieren können, hätte ich die X-1000 draus machen können. Was machst du denn, wenn du dir alles im Spiel kaufen kannst? Macht es dir dann noch Spaß? Es gibt nur wenig Dinge, die rein gedroppt werden können und die du dir nicht kaufen kannst. Und letzten Endes sind die dann allerdings, denkst du ja auch so, ja toll, dann kann ich mir eine Alternative dazu holen. Deswegen habe ich mir gedacht, nein, weg davon, lass das. Warum, warum, brauchst du doch gar nicht. Äh, spielen. Ich will mir die Sachen erspielen, ja. Ich möchte auch nicht alles durch geschicktes Handeln wettmachen. Ja, das ist das Einzige, was ich in dem Spiel gut kann. Gut, im PvP habe ich neulich auch wieder bewiesen, dass ich okay bin. Aber in deutschen Servern weiß ich nicht. Oh, das ist ein bisschen hell hier, der Blitz. Ähm, ja, dementsprechend habe ich halt, wie gesagt, Geld in den Legi investiert. Und, ähm, werde jetzt halt noch mein anderes Geld ausgeben, damit ich da nicht dastehe und denke, oh, du hast so viel Gold. Du kannst dir ja alles holen und machen und tun. Ich bin ja deswegen, habe ich auch meine Tickets jetzt zum Beispiel gerade die ganze Zeit ausgegeben. Dann habe ich die Skins da freischalten, das ist auch ne schöne Sache. Und ja, dann, äh, ist das wieder so ein bisschen wie von vorne anfangen mit ein paar Boni natürlich, weil ich natürlich lauter Stufe 80er Charaktere habe. Aber es ist vielleicht für den einen oder anderen, der sagt, er hat zwar gar nichts mehr zu tun, auch nochmal einen Anreiz zu sagen. Ja, dann bau dir doch mal ein Legi und starte von Null an. Karma farmen, Obsidian-Scherben bekommen, all das, mach das doch mal, starte doch mal von Null. Dann wollen wir doch mal gucken, ähm, wie viel Spielspaß du da eventuell mal generieren kannst, weil du einfach mal wieder siehst, was es bedeutet in diesem Spiel von, von klein an zu Beginn, ja. Also, ich muss natürlich noch viel Zeug von meinen Charakteren abverkaufen. Da sind so viele Sachen drauf, die da nicht drauf sein dürfen. Was gibt's denn hier Schönes? Komm, nehmen wir hier mal die Ehle-Truhe. Öffnen. Ui, toll. Das können wir denen mal wieder verwerten. Dankeschön. Ähm, all das, ne. Es sind, sind, ähm, Erfahrungen, die man halt in dem Spiel einfach auch mal machen sollte. So, ähm, kann ich noch irgendwas Cooles zeigen? Ich weiß nicht, hab ich noch irgendwas, was relevant wäre. Ja, die Haarfrisuren vielleicht. Aber welchem Charakter können wir das nochmal machen? Hm, vielleicht passt ja für Hannah sogar einer von den neuen Brauntönen ganz gut, weil ich mit dem Brauntönen, den sie da hat, bis jetzt noch nie so zu 100% zufrieden war. Ja, ja, Level 80 und was nun, ne? Ich meine, das ist jetzt so richtig End-End-End-End-Content, wenn man so wie ich sich dann da hinstellt und denkt, ja, 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 hast du mich schon, alles... Im Übrigen ist tatsächlich meine geisterhafte Infusion aus dem Raid verkauft. Ja, hab ich gemacht. Bin ich, bin ich verrückt? Ja, wieso hab ich das gemacht? Ach, ich weiß nicht. Es sieht auf dem Charakter ja nicht so geil aus. Oh, Brass für mich! Okay, wo sind jetzt hier die neuen Töne? Aha. Champagner, Rustikalblond, trockener Weizen, Isch, heftiges Toffee, Aramell, Goldbraun, Mokka, reichhaltige Schokolade, sieht ja toll aus. Oh mein Gott, Mahagoni ist toll. Mahagoni ist toll. Jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Reichhaltige Schokolade oder Mahagoni? Ah, ich nehme die Schokolade. Oh mein Gott, die sehen ja toll auf den Haaren aus. Guckt euch das mal an. Da sehen die Haarfriesungen ja vollkommen anders mit aus, weil die Texturen überarbeitet sind. Da mit BZW so eine Art Multiplikator drin ist. Äh, ähm, hier, ähm... Oh mein Gott, das sieht toll aus. Wie sieht ja... Das ist ja... Könnt ihr mehr solcher Farben ins Spiel bringen, die... Halt, weil... Ihr seht, mal guck mal, guck mal. Hier normales Braun. Hier normales Braun, ne? Matt. Und das Ganze hier gibt dann halt... Außer jetzt hat sich die Haare gefärbt und die Schickheit hier machen. Boah, jetzt... Jetzt will ich überlegen, ob eine andere Haarfriesung auch voll schön wäre. Kannst du das bitte auch noch in Rottönen geben hier, ne? Das da, weil ich finde, Hannah sollte halt rote Haare haben. Oh, das sieht so toll aus. Boah, das würde zu Wuschelzahnen voll gut passen. Übrigens, ich finde es halt schade, in der Vorschau sehen die Haare immer so toll aus, wenn du dann näher rangehst. Bei deinem Charakter sind sie total verpixelt. Was ist nicht, Hannahs erste Frise? Meine, ja. Was hatte denn sie jetzt gerade? Ich bin wieder vergessen, weil ich doof bin. Mann, das... Wartet, wartet. Oh, wenn dann. Ach so, das war die Frise. Ja, 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 ja. Alles klar. Schön. Ja, schön. Ich kann mich jetzt nicht entscheiden. Ich glaube, ich nehme das. Mehr. Ich übrigens aus Schwarzlöwentruhen immer nur Frisur-Umstyling-Skills. Ob mir das was zu sagen hat? Manni, mach dir die Haare schön. Uh, doch, doch, doch. Also, die neuen Farben haben was. Hier, Mädchen, zeig dich mal. Kriegst du für ein kleines Set? Kriegst du auch das hier? Uh, das sieht ja auch toll aus damit. Ja, richtig nice. Richtig nice. Da sind wir für den Haaren jetzt nicht viel. Da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht, da auch nicht. Ach, Manni. Hier. Sehr schön. Gefällt mir. Kannst du das hier wieder haben. Dann ausblenden. Alles klar. Sehr geile neue Haare. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, dass sie so die... Ähm, die... Wie nennt sich das denn? Kann man das im Deutschen ausdrücken? Im Photoshop würde ich das nennen Overlay. Ja, so ein leichtes Overlay geben. So eine erhöhte Farbsättigung im mittleren bis in den tiefen Bereich. Und da die Sättigung nochmal angehoben. Wie mit einer Gradationskurve halt überarbeitet. Könnt ihr das bitte mit allen anderen Farben auch noch machen, Annett? Dann wäre ich richtig glücklich. Besonders mit Rot. Rot wäre richtig geil. Okay. Ich würde sagen, das war's aber schon mal wieder für heute. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Guild Wars 2, Level 80 und was dann. Die Themen der nächsten Tage sind effektives Farben von Ressourcen und was man nebenbei machen kann. Toxische Events und wie so man mit ihnen üben kann. Story. Story. Die ersten Schritte in Richtung K.O.T. Und Champions alleine klatschen. Die Mechanik. Das Ausweichens. Gruppenkontrolle. Und wie der Bersi alleine überleben kann. Danke fürs Zuschauen. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ... Untertitelung des ZDF, 2020